FALTER-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im FALTER-Radio. Der Kriminalfall Egisto Ott klang ursprünglich wie eine Operette der eher unwirklichen Sorte. Mit Handys, hoher Exekutivbeamter, die aus einem Donauarm gerettet werden mussten, habe er Geld gemacht beim russischen Geheimdienst. Aber jetzt ist dieser Egisto Ott, ein ehemaliger Mann aus der Staatspolizei, dem BVT, verhaftet worden, ist in Untersuchungshaft und soll ein Teilgeständnis abgelegt haben. Es gibt Andeutungen, dass der Kärntner versucht hat, für die russischen Dienste einen Putin-kritischen Investigativjournalisten auszuspionieren, der gerade jetzt dieser Tage Details zum sogenannten Havanna-Syndrom veröffentlicht. Über all das wollen wir sprechen. Florian Klenk beobachtet den Kriminalfall Egisto Ott seit langem. Hallo Florian. Hallo Raimund. Was wissen wir zum jetzigen Stand am Dienstagvormittag, zwei Tage nach Verhängung der Untersuchungshaft über Egisto Ott? Wir wissen relativ wenig, weil es noch keine Anwälte gibt, die öffentlich sprechen. Es gibt auch noch relativ dürre Aussendungen der Staatsanwaltschaft. Es gibt ein bisschen was, dringt sozusagen durch die Ritzen der Bürokratie. Was wissen wir? Egisto Ott, ehemaliger Beamter in BVT, ehemaliger Attaché in Italien in Rom, er war in Istanbul tätig, also ein umtriebiger, international gut vernetzter Mann, ist in U-Haft genommen worden, ist laut Kronezeitung, das meldet die Kronezeitung jetzt gerade auch teilgeständig, des Deliktes einer Errichtung eines ausländischen, eines Nachrichtendienstes zum Schaden der Republik. Geheimnisverrat. Geheimnisverrat ist ein bisschen mehr als Geheimnisverrat. Geheimnisverrat wäre Verrat von Amtsgeheimnissen. Nein, man wirft ihm mehr vor, nämlich den Aufbau eines Nachrichtendienstes zum Schaden der Republik im Interesse der Russen. Also ein Spioner Asche. Es ist mehr als Verrat von Geheimnissen, nämlich die Interessen der Republik schädigen durch geheime Information. Was wissen wir noch? Wir wissen, dass er Handys, die durch einen Unfall unter Anführungszeichen ins Wasser gefallen sind. Die Ehefrau des heute amtierenden Bundeskanzlers, damals im Kabinett des Innenministeriums tätig, war mit ein paar Kabinettsleuten, unter anderem mit dem Kabinettschef, auf irgendeinen Ausflug in Dulln. Und da sind sie mit dem Kanu gefahren und haben irgendwie hin und her gewoggelt und sind ins Wasser hineingefallen. Und die Hände sind nass geworden. Unter anderem das Handy von Michael Kleubmüller, das ist der Kabinettschef gewesen. Die Hände sind herausgefischt. Herausgefischt, sie sind nass geworden oder sie nicht in den Hosensack gesteckt. Aber sie haben nicht mehr funktioniert. Und haben nicht mehr funktioniert. Woraufhin Michael Kleubmüller und auch der Herr Takatsch, das ist jetzt der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit und noch einige andere, ihre Handys zum Resetten oder zum Schauen, was noch zu retten ist, in die EDV-Abteilung des Bundesamts für Verfassungsschutz gegeben haben. Dort wurden diese Handys sozusagen gesichert, die Festplatte gespiegelt. Und es ist offensichtlich gelungen, dass eine Person, die diese Daten gesichert hat, sie, dass es der Vorwurf an Niklis Duod weitergegeben hat. Und der habe sie wieder weitergegeben. Und zwar an den Peter Pilz einmal. Der ist kein russischer Agent, sondern der hatte damals das Medium Zack-Zack und hat damals aus den Chats, die auf diesen Handys drauf waren, wir erinnern uns, große Geschichten gemacht, die zum Teil auch wichtig waren. Das muss man jetzt sozusagen zur Anerkennung des Peter Pilz sagen. Er hat zum Beispiel eine Geschichte gemacht über die damalige Vizepräsidentin des OGH, die ihren Posten durch Postenschacher gekriegt haben soll. Es waren so einige Chats, die auch dann die WKStA interessiert haben. Aber offensichtlich hat der Egis Duod diese Daten nicht nur einem Aufdeckungsjournalisten gegeben, um Missstände zu zeigen. Also er war nicht nur ein Whistleblower, sondern er hat offensichtlich diese Daten auch verkauft, so der Vorwurf, und zwar an den russischen Geheimdienst. Und da beginnt die Sache natürlich hochkriminell zu werden. Was kann den russischen Geheimdienst an den Handys, die in die Donau fallen, bei einem feuchtfröhlichen Ausflug von Spitzenpolitikern, Spitzenexekutivleuten interessieren? Ganz viele. Handy von einem Kabinettschef im Innenministerium, der jahrelang dort Kabinettschef war. Der Michael Kleubmüller war eine ganz wichtige Figur im Innenministerium. Der war Kabinettschef unter fast allen schwarzen Innenministern. Der ist eine Schaltstelle. Das Kabinett ist die Verbindung zwischen Bürokratie und Politik. Das heißt, alles, was der Minister angeht, geht über den Tisch des Kabinettschefs. Das können tatsächlich Geheimnisse sein. Das können in Form von Attachments viele Akten sein. Das kann die ganze Kommunikation mit Journalistinnen und Journalisten sein, mit ausländischen Polizeibehörden, mit ausländischen Ministerien. Das ist ein Super-GAU. Vor allem kann da auch drauf sein, kompromittierbares Material. Da können private Fotos drauf sein. Da können Dinge drauf sein, mit denen man jemanden wie Herrn Kleubmüller erpressen kann vielleicht. Wir wissen ja nicht, was er für Fotos drauf ist. Ich fantasiere jetzt irgendwas dahin. Also ein Handy zu besitzen, gespiegelt, heißt die Existenz des Beamten in Händen zu haben. Jetzt ist diese Geschichte mit den Handys, die ins Wasser gefallen sind, seit Jahren bekannt. Jetzt erst wird offensichtlich gegen den Herrn Egisdod vorgegangen. Es scheint so zu sein, dass dazu Informationen dafür ganz wichtig waren vom britischen Geheimdienst. Die Briten haben abgehört Kontakte zwischen dem Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der offenbar ein russischer Agent ist, zurzeit wahrscheinlich in Russland ist, und anderen Mittätern des Marsalek und da wird der Egisdod belastet. Das hat ja dann schon wirklich eine internationale Dimension, dass sich nicht nur die österreichischen Experten für die Handys interessieren, die in die Donau fallen, sondern auch der britische Geheimdienst. Das ist eine riesige Giste. Ich muss kurz korrigieren, ermittelt wird gegen den Egisdod seit vielen Jahren. Es gibt im Bundeskriminalamt die sogenannte Soko Pharma, die dafür da ist, zu ergründen, warum hochrangige BVD-Beamte, unter anderem Martin Weiß, der war der Abteilungsleiter für die Spionageabwehr, aber auch Egisdod für Wirecard-Chef Marsalek tätig war und in welcher Form. Wir wissen ja, Weiß hat das selber zugegeben, er hat auch zugegeben, dass er Marsalek bei der Flucht geholfen hat, indem er eine Maschine bereitgestellt hat. Also hier haben wir es mit Leuten zu tun, die im Innersten des österreichischen Sicherheitsapparats tätig waren. Chef der Spionageabwehr, das ist nicht nichts, das ist eine ganz wichtige Funktion. Also das waren nicht irgendwie die Portiere im BVD, sondern das waren Leute, die Zugang hatten zu den sensibelsten Informationen. Und die sind sozusagen dann in den Sold getreten des Herrn Marsalek. Gleichzeitig haben diese Leute auch, wie man im BVD-Untersuchungsausschuss herausgefunden hat, maßgeblich dazu beigetragen, dass die damalige BVD-Affäre, wir erinnern uns, im Jahr 2018 gab es ja eine Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz, dass diese BVD-Affäre explodiert ist und der österreichische Verfassungsschutz destabilisiert wurde und der Chef des österreichischen Verfassungsschutzes, der Peter Griedling, vom damaligen freiheitlichen Innenminister Herbert Kickl suspendiert wurde. Dieser Peter Griedling hat den Egisdod seinerzeit suspendiert. Warum? Weil er schon damals, ich glaube schon im 17er Jahr, wenn ich es jetzt richtig drauf habe, vielleicht sogar schon früher, mitgekriegt hat, dass Egisdod Daten, die eigentlich auf die BVD, ins BVD gehören, sich selbst weitergeleitet hat, auf einem privaten Account. Und da wurde Egisdod auffällig. Da hat man das erste Mal Verdacht geschöpft und hat ihn mehr oder weniger rausgeschossen. Da gab es auch eine Hausdurchsuchung bei Egisdod in Kärnten. Darüber hat er auch gesprochen, in einem Interview, das in Zack-Zack, dem Medium, das Peter Pilz führt, nachzuhören ist. Wo er sich als Opfer geriert hat, als Opfer feindlicher interner Querelen. Da bekommt er die Frage, stimmt es wirklich? Haben Sie Staatsgeheimnisse an Russland verraten? Und seine Antwort ging so. Und das habe ich aber nicht. Es wird mir vorgeworfen, ich hätte von meinem privaten E-Mail, dann vom Gmail-Account, Informationen weitergeschickt, zum Beispiel an die Russen. Also so viel Schwachsinn, tut mir leid, wenn ich das jetzt so zeige, so viel Schwachsinn habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Erstens mal. Und dann hat es ein Rechtshilfersuchen gegeben an die Amerikaner. Und dieses Rechtshilfersuchen hat über drei Jahre jetzt gedauert. Hätte ich wirklich von meinem Gmail-Account etwas geschickt an die Russen. Erstmal eine Nachrichtendienst. Kein Nachrichtendienst würde so etwas akzeptieren. Dass die Quelle dem irgendetwas über ein Gmail-Account, das noch dazu in Amerika dort ist, wo jeder weiß, auch ich weiß, dass die Amerikaner dort reinschauen. Dass sie es mitlesen. Keiner würde so etwas machen. Soweit Egi startet auf Zack-Zack. Die Ermittlungen damals sind im Sand verlaufen. Nein, nein. Die Ermittlungen sind nicht im Sand verlaufen. Die Ermittlungen standen kurz vor Anklageerhebung. Es gab einen riesigen Abschlussbericht jetzt der Soko Pharma und man hätte Ägisterot mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit angeklagt. Es gab einige weitere Sachen, die man ihm vorgeworfen hat. Zum Beispiel das Auskundschaften eines Journalisten namens Christo Grosef. Christo Grosef war früher bei der Rechercheplattform Bellingcat und ist einer der wichtigsten Journalisten, die über Putin recherchieren. Um das vielleicht einzuordnen. Christo Grosef hat im Jahr 2020 aufgedeckt, dass der Giftmordanschlag gegen den Dissidenten Alexej Nawalny ausgeführt, dieser gescheiterte Giftgasanschlag, der wegen er dann nach Deutschland ausgeflogen wurde, ausgeführt wurde von Leuten aus dem russischen Geheimdienst, die er namentlich ausfindig gemacht hat. Da gibt es einen eigenen Film, einen Oscar-prämierten Film, der heißt Nawalny. Da sieht man diesen Christo Grosef und der hat in Wien als ergrund gelebt. Und der musste das Land verlassen, weil ihm sozusagen russische Spione im Genick saßen. Und der Vorwurf ist, dass einer dieser Spione der Herr Ott war. Und der Christo Grosef, der kommt dieser Tage ganz prominent in einem amerikanischen Fernsehen zu Wort, weil er die Verbindung herstellt zwischen dem sogenannten Havanna-Syndrom, eine Krankheit, die amerikanische Diplomaten mysteriöserweise befällt, immer wieder, und der Anwesenheit von russischen Geheimdienstagenten, einer Spezialeinheit, die mit einer Nummer bezeichnet wird, die Spezialeinheit 29155. Und er sagt, das ist für ihn der Hinweis, dass diese Krankheit, das Havanna-Syndrom, wirklich tatsächlich auf russische Agententätigkeit zurückzuführen ist. Hören wir uns den Christo Grosef kurz an. Das ist, wir haben ja heute Dienstag, den 2. April, das ist eine Riesengeschichte gewesen, die gestern öffentlich wurde, auch im Spiegel kann man sie nachlesen. Aber der Grosef hat noch viel mehr gemacht. Der hat ein unglaubliches Wissen über russische Bürokratie, er hat im Ukraine-Krieg immer wieder Kriegsverbrecher mit Bellingcat, jetzt ist er nicht mehr bei Bellingcat, aber damals, Kriegsverbrecher ausfindig gemacht. Sie haben ganz genau recherchiert, welche Einheiten zum Beispiel in Putscha tätig waren. Also der ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Figur, um die man sich auch Sorgen machen muss, weil man weiß, was mit Putin-Kritikern bekanntlich passiert. Der lebt jetzt in den USA, hat in Wien gelebt und hat offensichtlich Signale bekommen. Da sind sie nicht mehr sicher. Und jetzt ist der Verdacht, glaube ich, er selbst hat das auch angedeutet, dass er von Egisto Ott hätte überwacht werden sollen oder in irgendeiner Weise das versucht. Es sind seine Meldedaten weitergegeben worden an den Herrn Weiß. Also man hat versucht, ihn auszukundschaften. Das, was man hier mitkriegt oder das, was man in kleinen Grundsätzen über den Fall Ott schon weiß, ist, dass diese Spionagetätigkeit auch nach dem Einmarsch Putins in der Ukraine oder in Kiew, im Versuch Kiew, passiert. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also wenn ich dann wirklich schon einem Staat, der einen ganz offensiven, terroristischen Krieg führt gegen die Ukraine, zur Hilfe eile, offensichtlich, wenn man der Staatsanwaltschaft glaubt, auch gegen Bezahlung, da ist die Rede davon, dass bis zu 20.000 Euro für einen Laptop bezahlt wurden, der übergeben wird, dann sind wir nicht mehr in dem Bereich einer Agentenklamotte, wo also irgendwelche Wichtigtuer sich gegenseitig irgendwelche Daten weitergeben, sondern da stellt sich schon die Frage, ob hier der Herr Ott möglicherweise im Zusammenwirken mit einem ehemaligen Schwiegersohn, der im Innenministerium gearbeitet hat, hier wirklich die Interessen der Republik und damit uns allen gefährdet. Politisch ist der Mann überall irgendwie vernetzt gewesen. Der ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sagt, er war einmal in der SPÖ, er war dann in der FPÖ, er hat gute Kontakte, er hat mediale Kontakte zu Peter Pilz gehabt, aber er ist immer im Clinch gewesen, mit der Führung des BVT, der vorgeworfen hat, ihr seid Hardcore-ÖVP-Leute. Und da stellt sich die Frage, ist das ein Klickenkampf innerhalb der Staatssicherheit? Nein, das glaube ich nicht. Bei dem offensichtlich die FPÖ und der damalige Innenminister Kickl dann halt auf die falschen Leute gesetzt hat? Nein, das glaube ich nicht, dass das ein Klickenkampf ist. Ich glaube, wir haben es hier wirklich mit einem ganz merkwürdigen Milieu zu tun. Und das ist auch der Grund, warum der Nationale Sicherheitsrat einberufen wird. Wir haben es ja offensichtlich mit Leuten zu tun, die vielleicht aus Blödheit, vielleicht aus Geltungssucht, vielleicht auch aus finanziellen Begehren bereit waren, Informationen weiterzuweiten. Da ist Geld im Spiel, da werden Leute überwacht, die eine ganz wichtige demokratische Funktion haben, da werden Journalisten überwacht. Das würde ich nicht runterbrechen auf eine parteipolitische Sache. Wir haben in diesem BVT tatsächlich, sehen wir immer stärker Zustände, die man in einem Geheimdienst eines demokratischen Staates nicht erwarten würde. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2018. Was ist denn da passiert? Der Herr Weiß, der jetzt für Maserleck arbeitet, schreibt, das ist der Verdacht des damaligen BVT-Chefs Geltling, dieses Pamphlet, das niemanden interessiert. Mit diesem Pamphlet beginnt die FPÖ, das BVT so zu sabotieren, dass die europäischen Geheimdienste sagen, wir wollen mit den Wienern nicht mehr zusammenarbeiten. Das muss man sich mal kurz vorstellen, dass ein österreichischer Geheimdienst kann nur von den Partnerdiensten leben. Der kann nur davon leben, was die Amerikaner und die Deutschen und die Briten ihm zur Verfügung stellen an Wissen und Italiener. Alleine sind wir, in ganz Österreich gibt es fünf Leute, die Antispionage-Arbeit machen im jetzigen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Fünf Leute, das ist ein Streifenwagen. Das ist so ein Kotter, das Kapelle tätig ist. Also wir müssen international kooperieren. Das sind die anderen großen Geheimdiensten, Hunderte oder Tausende. Hunderte oder Tausende. Die noch dazu, wie der jetzige DSN-Chef zu Recht beklagt, sehr wenige technische Hilfsmittel haben. Die können ja nicht einmal verschlüsselte Nachrichten überwachen, weil wir immer noch Signal-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten nicht lesen können. Da gibt es Bedenken von Datenschützern, die muss man zum Teil ernst nehmen, zum Teil vielleicht auch nicht so sehr. Gehen wir nochmal kurz zurück, um was es da geht. Letztlich geht es um die Frage, ob der Wladimir Putin und sein System, dieser Geheimdienste, einen Fuß in der Tür hat in der österreichischen Sicherheitsbürokratie. Und was verstehen wir damit, wenn wir Innenministerium meinen? Wir meinen damit nicht nur Wissen über die jeweiligen Beamten, die damit möglicherweise kompromittierbar sind, nicht nur Wissen über die gesetzlichen Abläufe in Österreich und über das, was die Republik Österreich macht, sondern möglicherweise auch Zugriff zu den Daten ausländischer Dienste, ausländischer Polizeibehörden, ausländischer Minister. Ein Kabinettschef, noch einmal, was ich am Anfang gesagt habe, hat eine ganz zentrale Schnittstelle. Ein Kabinettschef ist, noch dazu der Gläubmüller, ein Allwissender in diesem, der kennt jeden Akt, alles, was öffentlich gespielt wird, jede Pressekonferenz, alles, was mit Islamismus, mit Spionageabwehr zu tun hat, geht über den Tisch eines Kabinettschefs. Und wenn der nicht mehr sicher sein kann, dass wenn er ins Wasser fliegt, aufgrund einer Posse, irgendeines Betriebsausflug, dass sein Handy von den eigenen Leuten geklaut und nicht nur an die Medien, sondern dann auch noch an einen russischen feindlichen Geheimdienst gegeben wird, dann haben wir ein riesiges Problem. Jetzt könnte man schon die Frage stellen, warum hat man überhaupt iPhone und die Daten da drauf? Wenn es stimmt, dass Egisto Ott ein Teilgestellnis abgelegt hat, dann wird das ja andere Personen auch umfassen. Wer muss da jetzt zittern? Dass der Mann, der mit sehr vielen Leuten zu tun hatte, offenbar bereit ist, mit der Staatsanwaltschaft zumindest teilweise zusammenzuarbeiten? Das ist eine reine Spekulation. Wir können nur sagen, mit welchen Leuten war er in Kontakt. Wer weiß, er war mit Martin Weiß in Kontakt, der in Dubai sitzt, der zu seinen eigenen Strafprozessen nicht kommt, der sich mehr oder weniger abgesetzt hat, aber angeblich kooperativ ist. Also es gibt keinen Haftbefehl gegen den Martin Weiß. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann einen gäbe. Er wird vielleicht etwas aussagen über seine Rolle. Erinnern wir uns noch, im Jahr 2018 wollte Karin Kneißl im Außenministerium einen eigenen Geheimdienst gründen. Sie wollte so eine Art Einrichtung haben. Während der BVT kaputt gemacht wurde, hat der damalige Generalsekretär im Außenministerium, der Johannes Beterlich, den Auftrag bekommen, einen Geheimdienst zu entwerfen. Wer hat den entworfen im Hintergrund? Wir werden es gleich wissen. Egisto Ott, der Mann, der jetzt verhaftet wurde. Der hat im Hintergrund eine Struktur schon aufgezeichnet, wo er sich selber auch eine gewisse Position zugeteilt hat. Ich bin immer noch nicht ganz bewusst, haben wir es hier mit einer Art Kottern ermittelt für Geheimdienstler zu tun? Abenteurer. Abenteurer, die sich völlig selbst überschätzen und in dieser Zeit, wo Herbert Kickl das Ministerium gehabt hat, geglaubt haben, sie können Karriere machen und haben mit Plump versucht, sich da irgendwelche Posten selbst zuzuschreiben und die waren alle furchtbar naiv. Oder haben wir es hier mit einer hochkriminellen Zelle im österreichischen Sicherheitsapparat zu tun? Auf dem Handy von Egisto Ott hat man gefunden, die Novichok-Formel. Auf dem Handy des Herrn Peterlik hat man gefunden, die Novichok-Formel. Novichok ist jenes Nervengift, mit dem der Herr Nawalny umgebracht wurde. Wir wissen vom... Und das ist an Jan Masalek weitergegeben. Also Masalek war sicherlich nicht nur ein Abenteurer, der war wirklich professionell oder ist doch professionell. Der ist natürlich ein... Also der Spiegel hat das ja geschrieben, der ist hochgradig im Verdacht, ein Spion zu sein und zwar in der höchsten Liga, der soll die Wagner-Truppe finanziert haben für ihren Kriegszügen in Afrika. Also wir reden ja nicht von irgendwelchen Pimpfeln. Und jetzt stellt sich die Frage, warum haben die die Novichok-Formel? Was tun die damit? Warum wollen die das haben? Wem geben die das? Warum kriegt der Herr Masalek in Russland überhaupt Schutz? Warum nimmt Putin den unter seine Fittiche? Warum wird der nach Weißrussland aufgeflogen und lebt dann offensichtlich, streibt der Spiegel auf der Krim? Er muss ja dafür auch irgendwas liefern. Also der Herr Gisdorot ist nicht auf der Krim und der Herr Weiß ist auch nicht auf der Krim. Der Herr Geist ist in Dubai, der ist einmal weg. Der Herr Gisdorot ist hier. Wenn das stimmt, dass er ein Geständnis ablegt, deutet das darauf hin, dass er mit den Behörden möglicherweise kooperieren will. Es ist die Frage, ob er das überhaupt noch kann, also ob die Behörden überhaupt den Behörden ein Wissen offenbaren kann, dass sie noch nicht wissen. Dann könnte er vielleicht sowas wie ein Klonzeuge werden. Ich glaube, dass wir in einem Stadion stehen, das extrem brisant ist. Wir haben hier ja einen Podcast gehört, den kann man sich auch nachhören, wo wir über diese willigen Helfer Putins in Wien spekulieren. Da hat Gisdorot eine große Rolle gespielt in dieser Geschichte und wir erleben jetzt eine ganz gefährliche Situation. Und wir werden dann hoffentlich in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen genau die Frage beantworten können, sind das ein paar Abenteurer, Güxritter, die versucht haben, mit der FPÖ ganz nach oben zu kommen oder ist das wirklich eine gefährliche Zelle, die im russischen Sinn den österreichischen Staatsapparat versucht hat, zu unterwandern. Oder beides. Es kann ja auch sein, dass sich, das ist meine Theorie, dass sich, so sagen, fremde Geheimdienste immer schwache Figuren suchen, immer Leute suchen, die sich selbst überschätzen, denen man in Aussicht stellt, etwas zu werden, denen man, denken wir nur an die Hochzeit von Karin Kneißl, die jetzt in St. Petersburg sitzt und dort einen Think Tank leitet und tagtäglich auf ihren Telegram-Kanälen Putin-Propaganda verbreitet. Wüste Putin-Propaganda. Eine Frau, die offensichtlich keine Karriere machen konnte oder nachher geglaubt hat, sie wird schlecht behandelt. Das sind die Leute, die Geheimdienste ansprechen. Wir sprechen nicht die mächtigen Leute an, die selbstbewusst sind, sondern die, die Schwächen im Glied sind. Und das könnte sein, dass er gistet zu jemandem war. Florian Klenk, vielen Dank für diese Insights und diese Überlegungen, auch diese Spekulationen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Mehr von Florian Klenk und der gesamten Redaktion erfahren Sie. Wenn Sie ein Falter-Abermann haben, ein solches darf ich Ihnen empfehlen. Alle Infos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Klara Gottsauner-Wolf betreut die Audio-Technik im Falter. Danke, Klara. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Lümpf.